So meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Wir sind an unserem Assassinenversteck und ich habe schon mal einen Borja-Turm geholt, den vorletzten wohlgemerkt. Das heißt, den letzten, den holen wir jetzt zusammen. Da freue ich mich riesig drauf. Einmal rein. Denn dann haben wir alle und wahrscheinlich auch alle Assassinen, die wir einstellen können. Ja, den vorletzten Assassinen habe ich auch schon mal geholt. Der ist schon zu seinem Auftrag unterwegs. Genauso wie alle anderen auch. Das heißt, wir müssen uns jetzt wieder durchkämpfen ohne Hilfe. Aber wo genau müssen wir uns eigentlich hinporten? Ich glaube, das ist gar nicht verkehrt, oder? Ich gucke mal ganz kurz auf die Karte. Scheibenkleister. Wo ist der letzte Borja-Turm? Da unten. Okay. Das heißt, ganz rechts hin teleportieren ist gar nicht verkehrt. Übrigens haben wir diese komischen Animus-Zeichen auf der Karte. Und das sind ganz spezielle Templer. Templer-Agenten, die wir vernichten müssen. Die werden von irgendjemandem, wurde das ja gesagt, dass sie auf der Karte angezeigt werden. Ich weiß nicht, wer das war. Egal. Also, der Bezirk Campania ist auch schon zu 80% ausgebaut. Genauso wie Bezirk Zentro zu 98%. Und dann haben wir nur noch einen Bezirk, nämlich Bezirk Antico zu 48%. Da müssen wir noch einiges machen. Im Moment, glaube ich, sind wir ziemlich knapp dran an, ja, dem kompletten Ausbau der Stadt. Zumindest, was die Geschäfte angeht. Hier haben wir noch einen Tunneleingang und einen Schmied. Den müsste ich auch noch kaufen. Das mache ich später. Wir gehen jetzt erstmal runter. Hier unten werden wir garantiert auch noch ein paar finden. Oh, das wird toll. Und wie ihr seht, sind einige Dinge noch verschlossen. Der Arzt, der Schmied. Die können wir alle noch nicht holen, weil der Borja-Turm noch da ist. Nicht mehr lange. Boah, ich freue mich. Das wird die letzte große Angelegenheit, um die wir uns kümmern müssen. Halt da, südliche Kampagne. Hin da. Den holen wir uns. Und dann geht die Post so richtig ab. Dann werden wir wahrscheinlich alle Ärzte haben, alle Schmiede, alle Schneider. Gibt uns nochmal einen Rabatt, hoffe ich, um 5%. Ja, das wird schon. Norden? Nein, Süden. Roms Einkommen ist mittlerweile auf 13.256. Und ich schätze mal 15.000 ist so diese Obergrenze, die wir erreichen müssen. Oder können. Und wieder haben wir Geld im Banktresor. Natürlich zählen da auch die Investitionen rein, die wir vor kurzem getätigt haben. Wird ich auch gleich nochmal eine losschicken. Glas mit Blutegel. Ne, das brauchen wir nicht mehr. Aber vorher holen wir uns den Turm. Das sollte ja wohl innerhalb von 20 Minuten geschehen sein. Ach, der letzte Turm. Und ich hoffe, wir kommen überhaupt hin. Nicht, dass das Gebiet erstmal abgesperrt ist, solange bis wir dort einen Auftrag haben. Das wäre schade. Zumal wir so kurz davor sind. So kurz davor. Also wir kommen auf jeden Fall schon hier in das Gebiet. Das heißt, wir können uns hier auch gleich den Aussichtspunkt holen. Wo ist der? Oh nein. Doch nicht da oben drauf. Da komme ich doch so schlecht hin. Oh, hier hoch. Okay, einmal hier hoch. Kommen wir hier noch höher. Nein. Aber vielleicht, wenn wir einmal rumklettern. Das könnte funktionieren. Nee, 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 nee. Wir kommen da nicht hin. Keine Chance, keine Möglichkeit. Wir müssen erst das Aqueduct reparieren. Und das dürfen wir erst, wenn der Borja-Turm weg ist. Oh. Was haben wir denn hier? Ach, wir hatten einen Porter hier in der Nähe? Das wusste ich gar nicht. War der schon immer da? So, egal. Da vorne ist der letzte Borja-Turm. Und ich muss unbedingt noch diese Harlequine verprügeln. Von denen wir bisher bloß einen gesehen haben. Da ist wieder ein Attentatsziel. Aber das bist nicht du, Herr Harlequine. Wir haben uns noch nicht ganz großartig ausgerüstet mit allem, was wir brauchen. Das war ein Treffer. Ich muss ihn auch ins Target nehmen, mein lieber LCO. So. Nummer 1. Der Hauptmann läuft wo herum? Jesus Christus. Der kann uns jetzt auch nicht mehr helfen. Ach, der ist oben drauf. Na, wenn das so ist. Da kommen wir garantiert auch so hin. Ach, du lebst noch? So. Oh, das werden immer mehr. Das gefällt mir nicht. Gut, dann einfach mal nach oben. Oder auch nicht. Weg hier. Oh, knapp. Knappikowski. Na, kriegen wir nicht. Das war so klar. Okay, machen wir anders. Äh, wie machen wir das am besten? Rauchbomben? Nee, dann kommen wir nur weg. Ja, wir kämpfen. Oh. Das ist hier aber. Sabbat ist hier. Wenn er zuerst mal zugreift, ist alles vorbei. Na, nächster. Da steht schon wieder einer mit einer Knarre hinter uns. Das gefällt mir nicht. Der muss mal weg. Der da. Der da oben. Komm, schieß deine Freunde ab. Aber nicht mich. Na, komm. So. Nächster, bitte. 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 Und wieder einer. Ja. Okay, nur noch du. So, dann holen wir uns mal unser Kästchen, oder? Was, du lebst noch? Jetzt nicht mehr. Warum lebt ihr noch? Ihr gefällt mir nicht. So, Nummer 1. Und Nummer 2. Das war nicht mal ein gezielter Schuss. Der letzte Hauptmann ist also... Hier oben. Oh, oh, oh. Wer hat uns da gesehen? Tja. So kann's gehen, meine Lieben. So kann's gehen. Wenn man nicht Ezios Willen befolgt. Kriegen wir nicht. So, einmal... Na. Einmal da hin. Na. So. Ja. Sehr schön. Ab nach oben. Halt. Den kriegen wir auch so. Äh, so. Okay. Ippolito di Foligno wurde getötet. Zünden Sie den Turm an. Damit wurde die Macht-Turm-Offensive ein Erfolg. Um ein Vielfaches geschwächt. Die Borgia haben keine Macht mehr. Wiederaufbau von Rom. Der Einfluss der Borgia ist nun weg. Borgia-Turm. Das Borgia-Gebiet wurde befreut. Der Assersing-Gilde bietet nun Platz für einen weiteren Rekruten. Ausgezeichnet. Den holen wir uns gleich. Der soll hier vorne sein. Wo ist er? Oh, eine Frau. Die holen wir uns. Komm schon. Lass die Frau in Ruhe. Kämpft lieber gegen einen, der genauso stark ist wie ihr. So. Und du bist der Letzte. Meine Süße, wir haben dich gerettet. Die Befreiung Holmes hat begonnen. Ihr kämpft mit guten Absichten. Erlaubt, dass ich mich anschließe. Sehr gerne. Okay, und damit ist unsere Auswahl nun endlich voll. Wir haben das, was überhaupt geht. Die meisten Assassinen, die man kriegen kann. Und wir bauen einen der letzten Pferdeställe aus. Ausgezeichnet. Außerdem. Oh, hübsche Pferde. Neun von neun Pferdeställen renoviert. Vielleicht bietet jetzt jeder Pferdestall so ein Pferd. Das wäre ja absoluter Hammer. Ah, außerdem eine Bank. Eine der letzten Banken. Zehn von zehn Banken. Renoviert. Dann haben wir noch einen Schmied. Einen Schneider. Wo sind die? Hier ist wahrscheinlich ein Dottore. Normalerweise. Hier haben wir... Den Schneider. Sarto. Auch das war der letzte Schneider. Und ein Schmied. Sehr schön. Und die Aufträge wurden auch schon erfüllt. Eingelehrten verteidigen war erfolgreich. Maestro. Dann haben wir hier noch einen Maler. Den müssen wir ebenfalls noch befreien. Wo ist der? Andere Seite. Hier. 15 von 17 Schmieden haben wir erst ausgebaut. Das heißt, irgendwo ist noch eine Schmiede-Werkstatt, die wir noch nicht gefunden haben. Muss ich nachher mal rübergucken. Ah, schön. Und hier haben wir den Teleporter. Auch der soll aktiviert werden, dass wir auch ja von einer Ecke zur anderen kommen. Ich hoffe, dass sich der Untergrund nicht so schnell sichtbar macht. Roms Einkommen ist nun auf 14.000 gestiegen. Boah. Geil. Einfach nur geil. So, dann wollen wir mal zur Bank gucken. Da müsste ja jetzt Geld drin sein. Es mag teuer sein, aber, aber, aber. Dankeschön. Gut. Das ist alles soweit ausgebaut. Ich würde sagen, wir können jetzt einmal kurz auf die Karte gucken, wo noch irgendwas frei ist, was wir machen müssen. Natürlich, die Aquädukte sind noch wichtig. Hier haben wir noch einen Aussichtspunkt, den wir sehen sollten. Plus die Möglichkeit, einen Arzt und einen Schmied auszubauen. Aquädukte, Aquädukte. Hier ist noch ein Teleporter, den wir machen müssen. Und da ist noch ein Schmied und ein Kunsthändler. Gehen wir also erst einmal hier unten hin. Und nehmen dafür das wunderschöne Pferd. Darauf freue ich mich ja auf dem Teil zu reiten. Hallo, mein Pferd. Guck mal, du passt perfekt zu unserer Rüstung. Plattenrüstung. Aber du bist ganz schön langsam. Ho, ho. Nee, lieber nicht. Genau. Du bist so ein fettes Pferd. Mit dir reite ich nie wieder. Mann, 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 du. Gut. Holen wir uns den Aussichtspunkt. Und das Aquädukt zuvor. Hallo. Wir möchten das Aquädukt reparieren. Oh, der Wiederaufbau von Rom. Der geht richtig gut vonstatten, würde ich sagen. Äh... Wo müssen wir dafür hin? Die andere Seite? Nee. Zeig mir mal. Wo muss ich denn da... Wie komme ich denn da hoch? Ich glaube, das wird gar nicht so leicht. Nee, komm wieder hoch, Mensch. Nicht in den Tunnel. Sehr unterhaltsam. Ja, das sehe ich genauso. Ah. Da müssen wir hoch. Ich höre Mondgeheul. Das gefällt mir gar nicht. Nicht, dass die Kumpels hier wieder um die Ecke sind. Von dem Romulus. Aber den müssen wir auch endlich mal fertig machen. Es sind ja nur noch drei Romulus-Eingänge. Sodass wir uns da auch möglichst schnell hinbewegen sollten. Gut. Wieder ein Aussichtspunkt mehr. Eventuell damit auch wieder ein Romulus-Tempel-Eingang. Eine Stätte des Romulus. Synchronisierte Aussichtspunkte 23 von 24. Also auch da... fehlt uns nicht mehr viel. Was war denn das gerade? Warum hat er sich das Wasser ausgesucht? Das soll mir auch egal sein. Aber hier geht es auch lang. Ich glaube, in diesen Katakomben waren wir schon mal. Kann das sein? Zu irgendeinem Auftrag? Ich möchte hier nicht einfach so... Ach, untergehen, runtergehen, wie auch immer. Ich möchte den Schmied dort kaufen. Einen der letzten. Und den Arzt, den Dottore. Und wenn wir die beiden haben, dann ist wieder Ruhe. Dann haben wir wieder alles gekauft, was es gibt. Dann haben wir wieder... Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank.